Moinsen zu diesem Abschiedsvideo meiner 1.7 Welt, in der ihr jetzt im Hintergrund eine kleine Slideshow seht, wie ich mein Techcenter gebaut habe. Mittlerweile bin ich auf eine 1.8 Welt umgezogen, deswegen ist die 1.7 Welt jetzt hier auch hinfällig und das Techcenter ist mittlerweile auch fast doppelt so groß wie jetzt hier in meiner 1.7 Welt. Für euch bedeutet es aber, dass diese 1.7 Welt frei zur Verfügung steht. Also sie ist als Download jetzt in dem Videobeschreibung und auf meiner Kanalseite zu finden. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt, also kopieren der Gebäude in eure Welten oder einfach diese Welt weiterspielen oder was auch immer. Have fun, good luck damit. An dieser Stelle möchte ich aber auch die Gelegenheit nutzen, mich bei meinen Abonnenten zu bedanken. Ich hätte nicht gedacht, dass es über die Zeit doch so viele werden. Also war auch gar keine Intention von mir, muss ich ehrlich sagen. Ich für vielen vielen Dank. Und was zum Schluss noch Erwähnung finden sollte hier ist das Texture Pack. Und zwar habe ich jetzt so weit wie möglich die Erlaubnisse eingeholt von den jeweiligen Originalmachern und werde auch mit dem erscheinenden 1.9 oder kurz danach das Texture Pack dann zur Verfügung stellen. Leider ist aber nicht von jedem die Erlaubnis gegeben worden. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Item, die oder einen Großteil der Items, wie zum Beispiel Spitzhacken, Schaufeln, etc. Blablabla, für die habe ich leider keine Erlaubnis bekommen. Also müsstet ihr euch entweder umschauen nach einer geeigneten Items-PNG, die euch gefällt, oder ihr benutzt dann halt die, die ich zur Verfügung stellen werde. Das wird dann Standard-Texturen sein mit einigen angepassten von mir selbst erstellten. Das müsst ihr dann halt für euch entscheiden, was ihr da machen wollt. Aber dieses Texture Pack wird mit erscheinende 1.9, dann auch zur Verfügung gestellt werden. Soviel dazu. Viel Spaß hier noch bei der Slideshow und bis denne! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.